Warum wartest du wieder in deiner Scheiße? Ernsthaft? So eine Schneise. Die Tür ist vereist. Warte, ich helfe dir. Ich level erst mal. So eine Schneise. Warte mal, Nico. Warte, 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 bevor du es machst. Ja? Ich renne jetzt zurück zum Fahrzeug und steig ein. Vielleicht klappt es ja. Ja, wach mal. Bist du drin? Ah, kurz mal. Noch nicht viel runtergebounced. Nein, klappt nicht. Okay. Dann nicht. Oh ja, hier ist, ähm, den Slaughterhouse. Hier ist wirklich, äh... Slackwaffe. Lass es nicht zu sehr krachen. Du bist doch Organspender. Hehehehe. Wart los. Willst du eine neue, äh, was? Wie viel zieht deine, ähm, Granate? Moment, kann ich gleich sagen? Oh, warte mal. Ich habe eine neue Granate getroppt. Äh. Äh. Granaten, die so leicht orange sind, sind legendary auch, oder? Sei freundlich da draußen. Sag mal, Nico. Verhielt mal her. Nee, das ist, das ist die, die ich jetzt behalte, aber ich habe eine andere, die kann ich dir geben. Willst du denn 18.000er-Raketenwaffe? Nee, ich habe doch schon einen 30.000er insgesamt. Nö, das sind sie nicht, aber die ist besser als alle, was ich habe. Belastet dich dein vieles Geld? Ja, tut es. Das Geld belastet mich ganz arg. Das ist die Kacke. Die ist, die ist halt, die hat halt Verfolgung drin, ja, deswegen. Ich hätte nur 9.000er mal 9, oder, warte mal. 9, ja, nee, 8.300er. Ich habe schon 8.300er. Jack hat aus dem Energiekern, den du gefunden hast, ein Hyperion-Netzwerk-Aplink gebastelt. Dadurch hatte ich Zugriff auf die Verteidigungsanlagen von Sanctuary und konnte sie runterfahren. Das alles gehörte zu Jacks Plan. Ihhh, was ist das? Äh, Nico, brauch uns deine Hilfe. Eine Pestrate. Guck doch mal den Namen an. Nein, die frisst keinen Schaden, ey. Wie viel hört die aus, bitteschön? Nicht viel, aber ich treff die nicht. Das Futter war zu stark. Das Futter... Alter. Alter, der Bildschirm. Oh, nee. Alter, was ist das denn? Der hört ernsthaft fast ein Koppel als Raketen auf dem Magazin aus. Boah, nee, das sind die Feldratten. Alter, baller die Kalle in den Kackratten weg. Ich slang ja auch noch. Alter, ich muss hier weg. Fuck. Ja, komm, du bist da. Ja, gut, ich krieg die eigentlich easy weg, ne? Mit Raketenwerfer geht das ziemlich easy. Nico, bleib mal stehen, bleib stehen. Danke. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Wir gehen. Alter, ist das nervtöckend hier drinne. Hm. Da hinten ist eine Feldratte. Ja, du bist mal wieder nicht gerade leise. Du auch nicht. Du fließt mit der Sniper rum. Ja, ich... Normalerweise ist der Sniper ja eigentlich leise, ne? Naja. Da bin ich jetzt mal noch ein Ticken leiser. Der Wurst, der frisst richtig geil. Ja, Mann, Nahkampf-Style. Kamen hier nicht diese Goldviecher zum ersten Mal vor? Vuralisten oder wie ihr hieß? Ne, ne, die kommen erst später. Dieser komische Giftpampe. Alter, die sind so krank. Das sind diese Drecksfliegfiecher, pass auf. Wow. Alter, warum steht... Warum steht da neben mir einer? Drecksfliegfiecher? Oh, nee. Aua. Doch, genau die. Das war Nachlernen. Komm mal her, wo seid ihr denn? Einer weniger. Zwei weniger. Dreier weniger. Alle irgendwie hinter mir gelandet. Darf mal weiter, ne? Vor fünf Jahren habe ich Roland und seine Freunde mit einer Lüge dazu gebracht, die Kammer zu öffnen. Ich sagte ihnen nämlich, das sei nötig, in Pandora für einen großen Bügel zu bewahren. Jack wusste, dass er mit dem Meridium aus der Kammer ein Vermögen verdienen konnte. Aber er war zu feige, sie selbst zu öffnen. Durch mich hat die... Auf mir ins Gesicht zu wichsen, scheiß Ratte. Ich bin so leid, Leute zu manipulieren. Hast du Spaß? Ich kämpfe gerade mit so einer kleinen Drecksratte. Ja, ich sehe es mir an. Wir hätten doch nochmal zurückgehen sollen und die scheiß Fliege da oben killen. Motto, wegen Waffen. Ja, danach vielleicht. Weil ich habe so langsam keine gescheiten Waffen mehr. Die wirklich Schaden machen. Kenn ich von irgendwoher. Oh, oh, oh. Geld, 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 Geld. Geld, gegen geht die Welt. Und da ist jemand Geldgeil und springt an der Riesenkiste vorbei. Ja? Ja, egal. Da nehme ich mir Arsenal-Pistolen drin. Ja, bullshittig. Wir probieren wieder eine Pistole aus. Also, ich bin mal Geldgeil, ne? Gönn dir. Wow! Jedes Vyralisten-Tit killen. Alter, da taucht direkt vor mir einer auf. What the fuck, was geht ab? Alter, die machen mega damage. Man haben die jemals angegriffen, die Viecher. Alter. Ist echt nicht normal. Oh, weg mit dem. Oh, der explodiert. Oh, fuck. Sicher. Mach die Mast. Sicher an für anderen kaputt, ne? Ja, ja. Ja, ja, ne? Runde Sniper muss ich auch nehmen. 24k-Kritt. Ich gebe da mal schon ordentlich Damage rein. Oh, fuck. Jetzt bin ich gestürzt. Was? Alter, von hinten. Leck mich. Leck mich fett. Äh, die respawnen. Du hast eine stabile Geldfarm. Ziemlich tödliche Geldfarm, der uns liebst. Achtung, Ratte. Hallo, komm, hier sind Ratten her. Die stehen da hinten. Ich bin down. Ja. Ich lebe wieder. Gut. Alter, kannst du nicht mehr vor den Wegrennen. Hast du mich wiederbelebt? Ja. Alter, das war lustig. Damage. Die machen. Ich habe eine Pistole, die kleine Raketen verschießt. Ja, die hätte ich auch mal. Pistole, kein Gewehr. Ja, Pistole. Alter, das ist ein super badass Viech. Wer, wo, wann? Das Fliegeviech. Warst du mir wieder Leben? Der ist auch gerade. Mach dir mal einen Facelock. Angrad nicht, hab gebraucht. Ja, er ist tot. Hatst du was getroppt? Ja, irgendwas, was ich aufgenommen habe. Ah, Moni. Geld. Ich kann ja mal nachschauen, was der getroppt hat. Eine Slack-Waffe. SMG, was für eine Waffe? Art. SMG. Das ist eine Korrosionswaffe, nur so. Ja, 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 eine Korrosion. Und? Ist besser als mein jetzige. Dann gönn dir. Oh. Ohne dich hat Pandora keine Hoffnung mehr. Du hast keinen Grund mehr zu trauen, das weiß ich. Ja. Hey, ein Auto neben mir. Wenn du den Krieger zu kontrollieren, brauchst du meine Hilfe. Denn ich weiß, wo der Schlüssel ist. Er ist bei mir. Nichts geht über einen guten Verkauf. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Jawohl, immer die geilsten Aufwanderungsworte. Nicht sterben. Wir brauchen, ich brauche dein Geld. Alter. Was? Ich habe 7000 Cash. Nur 7000? Ich habe 428.000. Ja, ich weiß. Raketenwerfer-Munni ist halt teuer. Ja, ich verbrauche die nur nicht ganz so schnell wie du. Aber ich balle halt damit rum, bis zu mir geht nicht mehr. Können wir weiter? War kurz näher, ich bin einfach zu staunen. Mein Freund, wenn du woanders einkaufst, lass ich dich tötet. Moment. Also damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Ja, ist nur ein Notar raus. Ja, ja. Gehst du aus Inventar, Junge? Junge. Nee, das heißt doch Junge. Hat das recht, der Test ist echt chillig. Erstmal, ähm, ganz gediegen, während Invincible Assholes läuft. Oh ja. Oh ja. Sind die Löcher an sich nicht immer unsichtbar? Ah, jetzt spontiert was. Alter, halten die viel aus. Ah. Was ist das denn für Viecher, oder? Holy fuck, Alter. Leben, ich brauch Leben. Alter. Ich hab grad gelesen, Rüdiger, ich hab grad gelesen, Rüdiger, Stalker. Du bist wirklich die einzige Person, die Jack stoppen kann. Roland, Lilith und Mordechai hat der Mordechai besiegt. Sie können dir helfen, zu ihm zu kommen. Aber letzten Endes wirst du es sein, der ihn zur Strecke bringt. Alter, wie viel schlucken die? Wie viele sind das? Wo ist denn der Schild von denen? Machen wir den im Oaxaden? Ja, aber fast nix. Ich bin down. Ja, ich seh es. Lebt wieder. Raketen, dafür geht's einigermaßen. Blitzschaden zieht. Alter, wie viel Schild die auch haben. Ich weiß nicht, da leckt ein Stalker grad vor mir rum, den kann ich einfach wegballern. Ist ja lustig. Nico, wir sollten weiterlaufen, nur so. Ja, ich muss halt einen Stalker töten, ne? Krass mal kurz mein Öhrchen. Ja, und der Stalker, da versucht, mich hier zu nerven. Na gut. Brauchst du Hilfe? Nein. Der schießt nach dem. 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 Vielen Dank.